So. Hey. Den hab ich gut, den hab ich gut. Den hab ich gut. Dann haben wir den. Vorher auf The Walking Dead. Du musst nicht mehr füllen, Baby. Grandpa is sleeping. Nein, Yaya. People's awake. Solamente sta confondido. Mama. Oh my god. Oh my god. Hey. Oh my god. Shit. Kate. Javi. Don't. Hey. What do we call you? Sorry. Forgot to introduce myself. It's Paul. It's Paul. But my friends call me Jesus. Okay. Hey. I fucking knew it. You're one of them. You're goddamn right she is. If you want to shoot me, shoot me. How about I shoot your little boyfriend here instead? I'm sorry, Clem. I'm sorry. It's not. What the hell is going on out here? Oh, mein Gott. Ja, du har ju koll på oss, så jag säger ju det. Jag hade koll på att du inte pratat om dina, så jag har lite koll. Vad är det här? Vi kommer tillbaka och kommer tillbaka tillbaka tillbaka. Om vi fortfarande, vi kommer inte att se en av dessa saker. Fingernas. Vi kommer tillbaka tillbaka. Fingernas. Ja. 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 Fuck. I'm sorry you had to see that. I'm sure he was a good kid. He's not a kid anymore. He's just... One of those things. I don't even know what to call them. If they're not people. If they're just the dead. Muertos. That's what we'll call them. I thought we were gonna die. I thought... Gabe and Mariana were just gonna wake up. And we would just be gone. I'm right here, okay? I'm here. You're here, we're still alive. That's what matters. Can we go back down? I'm sure you can't have anything that can be rimed. I miss you so much. I know we all wanted to stay here in the house and wait for David to come back, but it's been three months since he drove away with your mom. What are you saying? How come? What if I don't want to leave? Gabe. We're safe inside the house. And I bet we can find more food in the neighborhood if we just look harder. We need to find somewhere with more people around. People who are still alive. People who don't mind sharing their supplies. We have our own supplies. Not enough. Not anymore. But what about dad? What's he gonna think if he shows up and we just ditched him? We might never find him again. We have to look out for ourselves now, Gabe. I wish things were different, but our safety is more important. But we're safe here. No. We're not. I'm sorry, Gabe, but... Javi's right. How about... You guys go and I stay here. You're a kid. That's not how it works. I can take care of myself. But if I need help, we'll just... ask my friends. Gabe. Honey. What? What? What's... What's wrong with her? Why is she acting so weird? Uncle Javi? She's sad. Because when we were out, we saw your friend, Drew. But it wasn't exactly him anymore. You mean... He was one of them? We're so sorry, Gabe. So you understand why, don't you? Why we have to leave? If that happened to you? I couldn't bear it. When do we have to go? Tomorrow. As soon as it's daylight. I wanna leave him a note. I'll help you get started. Okay? What are we gonna tell him? I wanna say something good. Something that won't make him sad. Tell him we'll find him. Somehow. We're all gonna see each other again. I like that. I'm gonna write it right now. So we don't forget. Of course. I'll help him. Thank you. Really. I like that game. I don't like that game. We're all about to split the game. Suddenly, we need to play out here. I like the game. Maybe you haven't played out for me. I like that game. Maybe you didn't play out for me. Wir müssen nicht behalten und probieren. Das ist das, bevor sie drar. Du får ta en kniff. Vid. Ja, das ist ja. Du får ta en kniff. Du får ta en kniff. Jag tror vi träffade han igen. Vi jullade i förra avsnittet. Bråter. Hennes man. Barnens pappa. Ja. Javi? Är det verkligen du? Jag har alltid hattet dig. God! Du har ingen idé hur bra det är att sella dig. Jag tror jag har en bra idé. Jag vet att du är still alive. Jag vet det! Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Det är min älsk. Max. Du vill honom? Nej. Jag sa inte det. Jag ska hjälpa dig. Jag ska säkriera. Jag vet inte. Jag kommer med dig. Jag vet inte. Jag vet inte. Men de resten måste gå straight till quarantine. Vad för? All newcomers get checked for bites. Och de alla måste answera några frågor. Vi har ett ochvälls. Det är inte mellom. Vi frågarar du på den. Vi har en bra. Vi måste komma med mig till den... Vi måste fasta det. Vi måste gå igenom. Hobi! Oh Gott, Elinor! I didn't know what to think. The engine up and died. I came here looking for help, and this happened. I've been so worried about Kate. I told them she needed a doctor. They promised me someone would look into it. Well, luckily we found her before she got any worse. They just took her to the hospital. I can't believe no one went to look for her. I'm sorry, Javi. Really? Really? But I didn't have any reason not to believe them. What? The people here in Richmond. They're New Frontier. Oh my God. You ain't even heard the worst part yet. One of them's his brother. I didn't even know you had a brother, Javi. Hey, nobody's more surprised than me. I thought the guy was dead. We haven't seen David in years. It's just been me, Kate and the kids this whole time. I don't even want to think about what the odds are, but he did seem pretty damn surprised to see you. Whoever this guy is, he can't be all bad, right? And he helped Kate instead of hauling her down here. Of course he brought her inside. She's his damn wife. You're kidding. Kate is married to your brother? The only reason I know Kate is because she married David. I was the best man at their wedding. Wow. Okay. Family drama aside. Hope you know I'm not about to make nice with New Frontier. I know you didn't have much stake in Prescott, Javi. But they burned that place to the ground for no fucking reason. After everything you folks told me. I'm guessing I'm not going to find my people alive. Hell, Javi. They killed your niece! Shot Kate! For all we know, your brother could have been behind it. And even if it wasn't his idea in the first place. If he knew about it and didn't stop it. I hate to admit it, but there's a chance he gave the order. If he didn't know it was them, if he was just trying to get payback for what was stolen, it's possible. Clementine, you were part of the New Frontier. Did you know David? I knew him. If I'm being honest, he's not a good guy. Is that right? If you told me he was the one behind Prescott, I wouldn't be surprised. He does have a temper. I've taken the brunt of it a few times. I can imagine. What happened at the gates? The fact that he's your brother? That doesn't change anything. I'm gonna find the man who killed Francine. These people better not get in my way. I'm gonna be asking questions about what went down at Prescott. And I won't stop until I get answers. We need to look like we're playing along with their rules. Go along with what they say. For now. Then, when the time is right, that's when we demand justice. Hey. Hey. I would've been here sooner, but I had to take care of... All things. Something. Come on already. Kate's asking for you. Maybe you think it's okay to keep a lady waiting. Thought I taught you better than that. Either way. Gladly. Looks like the rules don't apply to everyone, huh? That's right. Some people get out of here early. Others stay a long fucking time. Trip. Just drop it, okay? Smart cookie this one. Hm? Javi. Just go. I'll be back as soon as I can. You know that. Thanks. Oh yeah. Alla jarja. Ja, men på något sätt de här folk skulle säga det. Jag tycker det är kul att ha sån koll. Det är ett bevis på att uppskatta det vi gör. Nä, vad skojar. Vad är det? Vad är det? Attra sig med dem för nu? Det är inte bra. Vi har en process. Det är vårt sätt att göra saker. Vårar inte har problem med det. Det är inte bra för tråbligarens här. Jag tror att det är klar. Det är inte bra. Du inte har att ha med dem. Det är inte såklart. De bara behöver tid att använda saker. Jag hoppas att du är rätt. Kom igen. Och där ska vi gå? Kate frågade dig. Jag trodde att du vill se på honom. Lässt mig. Jag har en bra. Jag har en bra. Jag har en bra. Jag har en bra. Jag behöver hjälp med dig i minnen. Jag vet inte vad Gabe har sagt dig. Du säger att han är en ljör? Han har en mycket. Men jag har en bra. Det är en bra. Han är en bra. De är en bra. Jag vet att han har en bra. Han har en bra. Han berättat mig att du har en bra. Jag har en bra. Jag har en bra. Jag har en bra. Das war's für eine andere Person. Das war's für eine andere Person. Das war's für eine andere Person. Was war sie so, Hobby? Sie war so klein, als wir uns verabschieden. Wer war meine kleine Frau? Ich weiß nicht, was ich dir sagen, David. Sie war zu lieb für diesen verdammten Welt. Du musst den Grit, um das zu füllen. Wie? Wie ist sie sterben? Wie? Wie ist es passiert? Sie standen da, minding sie eigenes Geschäft. Sie sahen ihre Kopfschmerzen, sie schüttelte sie, und dann hat jemand ein Blatt in die Hände. Was für ein Tier würde sie auf sie öffnen? Ein Tier mit deinem Mark. Meine Leute sind nicht in der Hand zu töten kleinen Mädchen. David, ich war da. Sie hat Kate, auch. Ask dein Freund auf der Garten, wenn du mir nicht glaubst. Max war ein Teil davon? Fuck. Ich brauche die Details. Was war da draußen? Ich brauche genau was passiert. Sie haben uns in einem Schraubladen. Sie haben uns in einem Schraubladen. Sie haben uns zurück in die Stadt, Prescott. Sie haben einen Schraubladen. Sie haben einen Schraubladen. Schraubladen? Ein Schraubladen mit einem Schraubladen. Badger? Was hast du jetzt gemacht? Ich werde diesen Schraubladen zu schraubladen. Okay? Mach das selbst. Die Politik ist hier. Ich dachte, du warst der Boss. Es gibt vier von uns, Richmond. Du brauchst die anderen drei. Oder du wird wieder auf dem Schraubladen. Nein, das muss ich nicht machen, folks. Danke noch. Ich versuche nicht zu schraubladen. Du und deine Freunde können eine sehr kurze Zeit. Ich kann mich beeindruckend wenn ich versuche. Ich fülle deinen Schraubladen. Ich fülle deinen Schraubladen. Ich schraubladen. Aber es ist nicht wie meine Wörder sind. Das Schraubladen mit Badger macht es nicht einfacher. Benutzei. Wie ist der Fros Schraubladen? Ava. Das ist mein Bruder, Javi. Der Bruder? Bestein? Nein, was hat die Chancen von dir gesetzen? . Mein Bruder prägt über mich. Wie immer. All gut, ich hoffe. Ich denke, du, das sagst du. Ansonsten. Ava ist meine右 Hand. Wenn es jemanden gibt in Richmond, dann ist es sie. Die Frau ist ein verdammter Soldat. Sie war die erste Person, die ich mit, nachdem du und ich geteilt wurde. Ich hätte es nie gemacht, ohne sie. Gabe hat gesagt, dass du nach Hause zurückgehst. Zu Beginn. Entschuldigung, dass ich dich nie gefunden habe. Das ist jetzt nicht wichtig. Wir haben uns im Endeffekt. Das ist wichtig für mich. Meine Mama und ich wurden aus der Stadt aus dem Weg zum Krankenhaus. Das war nicht lange bevor sie... Oh, Mama. Ich konnte nicht zurück in Baltimore, also habe ich mit meinem alten Umfeld. Wir wussten, dass wir eine selbe Zone aus dem D.C. Nachdem, was passiert mit Mama... und alle anderen. Ich dachte, dass du alle sterben warst. Aber du warst von ihnen, nicht wahr? Das ist wie du hast. Ich werde nicht lieb. Ich wusste nicht, dass du in dich hat. Ich dachte, dass du dich in dich hat. Ich versuchte, dass ich dich um. Ich bin da für die Familie. Ja. Okay, mein Wort. Ich habe das Ende des Weltes. Aber du hat endlich aufgewachsen. Ja. Föx. Ich weiss. Ich bin da, nicht mehr von einem. Ich werde es nicht weit weg. Das ist wie ich dir das. Ja, das ist gut, du hast alles, was du brauchen? Ja, das ist wie ein Resort. Check it out, Javi! We need to get you some real food. Stat, turn you into a soldier. Där! Tror du har en pissig paus? Hope it's not. Check it out! Set! Vielen Dank. Soße. Es ist gut zu haben, dich zurück zu sehen. Schau mal diese Familie. Schau mal meine Frau. Sie ist nicht die schönste Frau, die alive ist? Komm schon. Mit den Lichtern, du kannst mich für einen Walken schlafen. Du bist ein Glück, David. Wir sind alle Glück. Was, du okay? Me? Shit. Ich hole den Dock. Ich bin gut. Ich habe nur mit dir gesprochen, allein. Ich bin Angst, Javi. Mehr als ich das ganze Zeit auf der Straße. Selbst wenn ich dachte, ich werde sterben. Alles in mir in mir schreie, um zu entfernen. Diese Menschen sind die Verkundung. Und David? Was für Gabe? Er sieht ziemlich glücklich, dass er seinen Vater gesehen hat. Gabe wird machen, was wir sagen. Wir haben ihn geholfen. Es ist immer du und ich auf der Straße, Javi. Das ist wie wir es so weit entfernt haben. Bitte. Ich versuche mir, wir gehen zurück zu dem ersten Chance. Das erste Chance, wir bekommen. Das Ort. Es ist ein Kamm. Wir können uns nicht lassen, uns in uns geholfen. Ich will finden, Kate. Du hast meine Worte. Rest auf. Du brauchst deine Kraft. Danke. Ich fühle mich besser. Ich weiß, dass wir in diesem Zusammenhang sind. Aber bitte, hurry. Ich... Ich will nicht hier sein. Ich fühle mich alleine hier. Ich fühle mich besser? Wie geht's dir, sweetheart? David hat ein paar Schmerzen. Es ist weniger. Es ist verrückt, wie es einfach kommt und geht. Es ist weniger normal. Was hast du gesagt? Ich bin Angst, dass sie. Das ist alles. Nichts, was zu verbrechen. Es ist nichts, was zu verbrechen. Es ist nichts, was zu verbrechen. Aber es ist alles, was sie braucht, was IV fluids und ein paar Antibiotika. Wie findest du jemanden mit den Schmerzen wie diesen Schmerzen? Wundern wie dieser, die 9 aus 10. Wer das gemacht hat, wirklich weiß ihre Sachen. Wir haben Glück. Wir haben eine Gruppe mit einem Medik, Eleonor, vorhin Kate wurde getroffen. Das gleiche Gruppe in Quarantinie, jetzt. Sie ist da jetzt? Wir müssen sie rauskennen. Ich versuchze sie. Verstanden. Ich habe Eva, die hier. Ich will diese Eleonor treffen. Ich bin sicher, dass sie ein Asset in unsere Gemeinde. Du kannst versuchze für die resten, auch nicht? Es funktioniert nicht so. Aber wir werden sie bald machen. Javi und ich müssen uns ein paar Leute treffen. Wir sehen, ob wir nicht die Verbrechen haben. Wir werden wirklich gut nehmen. Okay. Send my apologies, David. I won't be able to make it. Feeling okay? Fine. I just want to keep an eye on my patient. The others know my vote is with you. Come on. Remember what I said? When we meet these guys, keep what happened to Mariana to yourself. Badger is one of my guys. And I will handle him. Okay. Hmm, hmm, hmm. It may look pretty, but it's all sugars. There's no substance. It tastes pretty, Clint. That's all that matters. Ah, the brother. Javi, meet the guys. Clint runs food production. The crops you saw, that's him and his people. Jones, our bridge to the outside world. Well, she handles contact with other settlements. Pleased to meet you, Javi. I trust you've been treated well. I hope you haven't been handled too roughly. Some of our people left their courtesy with their old lives. Absolutely. I feel like I'm home at last. I hope Richmond can become your home. I know David would like that. And nothing pleases me more than seeing families reunited. We were just about to eat. Clint was trying to convince me of the essential superiority of his cream spinach over my magnificent black forest gateau. It's no contest. The spinach has real nutritional value. Javi, take a look at that table. You tell me what you'd rather put in your belly. Spinach from Clint's garden? Or a baked delicacy by yours truly? Everything looks so good. I want it all. So polite, David. You sure he's your brother? Can't trust a diplomat. Always saying one thing and thinking another. Uh-huh. Please, make yourself comfortable. We value straight talk here, so please. Forgive me if I seem direct. We're usually pretty strict about who we open our doors to. Your brother's word counts for a lot. Is that so? The three of us, and Dr. Lingard, make all the decisions here. So, yeah. People who choose to stay with us, they have to deal with us bossing them around. Not saying you wouldn't, but it can be an adjustment. Especially for the more independent-minded. There's no structure out there now. No offense, but what qualifies you to lead? Testing us already? Just curious who's leading the troops into battle. Everything you see, we built ourselves. If that's not an endorsement, I don't know what is. When Joan and I met your brother, he was trying his hand at fruit. Fruit? We found him slowly murdering an orchard on the Shenandoah River. Hotty-fucking-huh. I helped him bring it back to life. We had a good run there. For as long as it lasted. What happened? What always happens. We trusted the wrong damn people. That's what led us to start this. Wondering what this fine piece of body art is all about? It's our litmus test for loyalty. I've seen that mark a few times. You probably saw it at the gates. Right, Javi? We all took it as a sign of commitment. It was a crude answer to a difficult problem, and it hasn't always worked. Please understand. We had a terrible winter just after we moved here. We... we lost a great deal. Loved ones who left holes in our lives. Protecting my people from that kind of pain, that's what keeps me awake at night. It turned me into a perpetual night owl. I know, it's a lot to ask, but I never want them to have to experience lost like that again. I know how you feel. Seeing the people I care about suffer, it's... It's a terrible feeling. I just want to shield them from it all. It's a noble aim. One worth fighting for. Hmm, what do you think is that? Max? What are you doing here? I sent for him. Since when does he answer to you? From what I hear, he's well acquainted with your brother. They exchanged a few bullets outside our walls. Is that right? Is there bad blood between you and Max? Nothing that can't be worked out. I want to hear that from Javi. Let's just say I wouldn't invite him to my wedding. Yeah, I wouldn't fucking go. No, good. Because I just said you wouldn't be invited. Max, how did this start? Don't look at him. You have an obligation to tell the truth. Uh-oh. We caught him siphoning gas from one of our vehicles. Max. Sorry, David. I know he's family, but your brother's a thief. Is it true? Answer her. We were on the run from a herd. We just needed a single can. Everyone needs gas, asshole. If you just asked, we'd have given it to you. That, that's not all. Rufus said Clementine ran his truck off the road just to break him free. We had real problems with her in the past. You can always judge a man by the company he keeps. Running with that girl don't look good. Well, let's judge you then. You got some colorful friends. So what if Javi met up with Clementine? It doesn't mean anything. We kicked her out for a reason, David. Now the two of them are thick as thieves. This is who you're asking us to vouch for, David? Seriously? You know we can't just open our doors to bandits. We're trying to build something different here. Something resembling civilization. Everything I did out there was to protect my people. That's more than I can say for you. I'm not sure what you mean. Javi? You have something to say? No. That's it. That's right. He knows what he done. There ain't nothing more to say. It's clear your brother doesn't belong here. Javi and his people have to go. You're overreacting. It was a scuffle over supplies. We've exiled people for less. Sorry, David. Your soldiers are already wild enough. We can't add more crazy to the mix. Take Javi and everyone in quarantine to the gate. Give him a pack with a bare minimum to survive. Look. We can't fight this. Not now. Kate and Gabe will be safe here. Your doctor friend too. But the rest of you. You're going to have to do what they say. I'm sorry. Are you fucking kidding me? Just play along, okay? I'll help you when I can. Just stay alive. Okay? Skulle jag sagt någonting där, tror? Skulle jag... Åh, det är så svårt detta. Oh, what the fuck? We didn't do anything. I might do something here in a minute. Jag skrivit... Asse, kolla det sen. Ja, 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 ja... David packade det. Han gjorde det. Start walking. What about Eleanor? Walk. Eat shit. Entschuldige meine Frage. Verdammt, Javi! Lass mich weg! Das ist nicht ihre Schuld. Du bist der falsche Person. Geh das nicht. Ich werde. Es gibt ein Befestigung ein paar Kilometer nach hier. Nicht zurück. Du bist in jemandem der Oatmeil da? Ich dachte, du warst mit dir. Wir haben dich vertraut. Wir haben dich vertraut. Wir haben dich vertraut. Wir haben dich vertraut. Was ist das? Was ist das? Wir sind nicht sterben. Das ist etwas, okay? Noch nicht. Wir schauen uns, was sie haben. Wir wissen, was sie haben. Es ist wahrscheinlich ein Knife und eine Kugel. Wir könnten uns nur noch mehr als eine Mal. Oh, wie ein Befestiger ist. Was ist das? Das sieht aus. Es sieht aus. Ich warte, dass sie einen geben wollen. Ava sagte, dass David packt die Kugel. Warum ist es die Kugel zu einem Baseballball? David's sens der Humor war immer schlecht. Es sieht aus. Es sieht aus. Es sieht aus. Es ist klar. Es ist sicher, dass David uns da gehen. Wir wissen nicht, wo wir auf dem Weg sind. Okay. Es gibt Richmond. Das hilft. Das ist, wo wir sind. Und das ist, wo wir gehen müssen. Wir müssen nur nachher. Und, um nachher nachher... Wir müssen nachher nachher nachher. Dassel das jetzt geht. Wir müssen nachher 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 nachher. Was dazu anders u. Was in thatrament? Nicht mehr auf원 zu einem Nablus herausflasch. Brennlich. icerner. Nicht amazonen. phenomenal hat sie. Okay. Du hör mig? Vi vill inte attraka vad som helst är där. Jag vågar ju inte... Jag vet inte att det var så bra. Precis! Jag vill säga, men. Jag inte attraka, Vox. Jag vet inte attraka. Jag tror att du och Kate var... ...det vervet ni... Jag skulle inte tänka att... ...än hon var med till... ...nära du. Jag vill inte förälda dem, men jag bara... ...förrörlig. Qual är det? Det är inte min förändring, jag vet det. Aber, was haben wir hier zu verlieren? Ich... Hey, Mann, es ist okay. Geh es. Ich habe es für mich. Vielleicht sollte ich nicht, aber das macht ihn nicht einfach weg. Kein Fehler in sagen es. Hell, nur reale Fehler in nicht sagen es, wenn du es soll. Es ist immer ein Verlust, nicht? Was ist das? Was ist das? Wer du liebde? Wer du liebde? Wer das ist? Wer ist die gleiche oder andere? Du weißt? Es ist einfach so schwer zu wählen. Ich habe es nicht so schwer zu wählen. Ich habe es nicht so schwer zu wählen. Ich weiß, Eleanor hat dir gesagt, dass sie und ich waren... ...oder wir waren. Aber das ist es jetzt. Ich respektierze ihr Wäsche. Ich bin wirklich. Ich wünsche mir mein Herz und Respekt. Was ist das für Luft? Ich weiß nicht was. Ich weiß nicht was. Ja... Jesus hat seinen Augen auf etwas. Ich weiß nicht was. 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 Was hast du für uns, Mann? Ich hörne. Ich weiß nicht was. Ich komm! Ich hab sie in den. Dra mig bananen. Batter up, fuckface. Come on, man. Move your ass. You want a piece of this? Come on, man. Oh, du solltest noch mehr vorsichtig sein. Jo, es ist recht. Ah! Es ist nicht recht und fe. Es ist einfach nur das. Das ist ein schlechtes Idee. Wir folgen Davids map direkt in eine Hörde. Für alles, was wir wissen, ist er versucht, uns zu entfernen. Komm schon, Clem. Er ist mein Bruder. Du kannst ihn nicht, Javi. Ich habe das gelernt. Wenn du etwas anderes, dann mach ich das. Ich wollte nie mehr Leute wieder. Aber ich hatte nichts anderes zu gehen. Die neue Frontierer gab es mir das und hat mich einer von ihnen. Sie versuchten, dass sie helfen würden. Das war ein Lied. Also. Ich muss kurz auf die Ugne gehen. Ich werde etwas Bommes. Das war's. Oh, no, 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 did not go down like that. Oh. 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 I could tell you it would save him. That's more than you did, any of you. That's not fair. You ungrateful little shit. We opened our arms to you. Made you one of us. This is how you repay us? By stealing? By putting yourself before the group? You're done here. You broke our rules, Clem. Violated our trust. Es gibt keinen Ort für dich in der Neue Frontier. Du wißt du was? Bist du dich! Und Bist du die Neue Frontier! Du hast bereits getan. Das ist warum du musst du gehen. Vielleicht sollten wir sie eine andere Chance geben. Nicht mich an das, Paul. Du wißt du, was Joan sagen würde, wenn sie hier wäre. Ich bin sorry, Clem. Du hast das für dich selbst gebracht. Komm schon, AJ. Wir brauchen diesen Ort auch nicht. Nein. Er bleibt. Ich kann ihn nicht nehmen mit dir. Das Boot hat geflirt. Geh weg von meinem Weg. Jetzt! Clem. Er ist in kein Verständnis. Lass ihn gehen, Clem. Er wird nur auf dich rausgekommen. Okej, ich verstehe dich, GameLady. Du monstern! All kärlek till dich. Ja, wir wissen wie wir. Was das alles für? Oder, nicht vergessen, dass einer von dir... ... nicht mehr. Lass sie sie vorbeigehen. Wir haben sie so viel gehört. Das war nicht cool. Du hörte sie. Sag was du musst sagen, und dann geht's. Bitte nicht mich auf das. Wirklich, Clem? Du bist ein Stück von Arbeit. Du känner das? Du schaffst alles, was du kriegt. Was hand om dich? Ich weiß nicht so. Ich weiß genau wie du ist. Du schaffst alles. Du schaffst alles. Ich dachte, AJ wäre derjen. Endlich. Derjen, was? Derjen, der nicht die. Erste. Ich hoffe das, Ivan. Ich hoffe es. Ich hoffe es. mit anderen Menschen. Wiedersehen. Das ist das, was David hat auf dem Mappen. Unsere Freunde sind zurück. Wenn es nicht so gut ist, dann muss es geben. Hier sind sie. Ich kann es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr tun, aber ich weiß, dass etwas falsch ist. Es ist ein paar Sachen. Vielleicht können wir es öffnen. Wir müssen es. Da ist ein Auto. Keine Räder. Schiff! Gott, verdammt! Oh Das ist nicht so, dass ich die Tür öffne. Das ist nicht so, dass ich die Tür öffne. Das ist es. Es geht nicht weiter. Jeder kommt rein. Woh! Close the door! Hurry! Get that goddamn Jack out of there! Damn it! That was too close! You can say that again. Hey! I'm here! David! Don't you dare let that fucking baby killer in! Don't make me do this! Clam! Don't do it, Javi! Hey! Open up! I thought you were a good man. We need to barricade the door. Did you let him turn? Tell me! Answer her question! Now! We didn't have to worry about that. What the hell does that mean? He lived, Clam. He lived. But how? He was dying. Clam said so. AJ bounced back. He was stronger than we thought. It was... A miracle. You're lying. That's great! Clem! This is good news! How am I supposed to believe you? Clementine. Please. I'm telling the truth. Where? Where is AJ now? I don't know for sure. But he's in Richmond? Doctor Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Then I'm going back. None of us are going anywhere until the walkers clear. What's your plan, David? We store vehicle up this way. Provisions. I came to get you set up. And? And say goodbye. I don't want you to worry about Kate and Gabe. What's it? I'll take care of my family from now on. They'll be safe. I'll stay back ... Before I go back. Where is Boyierten.... ... This seems like the first vezes ... Vielen Dank. Oh. Uh-huh. Wait a half second. Where'd you find this? Over there. Show me. What the hell is all this? Uh-huh. Oh. I might be going crazy, but I think these came from Prescott. That's Phantom Punch. I don't understand how all this got here. Like you don't know. Hey, none of this stuff was here before. I don't have a damn thing to do with it. We've only ever kept a few basic supplies here for scouts, for emergencies. Whoever did this, they have to be stopped. Damn right they do. Soon as we find out who. Who else knew about this place? Your outfit is the only one that gutted my town. This is bigger than just Prescott. There's spoils from other towns here too. Towns I heard got raided a while back. There's stuff here from the kingdom. Take cover. Fuck him. I'd do that little bitch again just to see her head pop. You sure as hell are stupid, ain't ya? You only just realizing that now? I told you. Joan is on the warpath. Last thing we need is people getting wind of all this stuff. Look at all this shit. We're freaking rolling in it. I'll give you that. Just glad we found some more smokes. That shit is the new gold. And now we get to see your head pop, you piece of shit. David? I thought better of you, Max. I really did. David, come on, man. We're a unit. David? There's no need for it. Stop him. He's getting away. Go. Get Badger. Oh, it'll take time if he gets hit. I'll be missing you. I can't even see him. I mean, I can't see the bullet there. Oh, man. I won't move. Oh, man. I can't see though he can get hit. Oh, man. Oh, you're going to block him? Oh, it's hard to block him out, man. I'll be a hit rough one. Oh, man. Ja, ich möchte einen nicht mehr über den. Ja, ich möchte noch nicht mehr über den. Ich möchte jetzt auch noch auf den Ugnen und ein bisschen weiter. Eta Pommesan. Oh, damn! You're nothing but a flying lion. If I'd have known you were David's brother, I'd have shoved that gas can down your throat and lit you up like a candle. But this'll do. You took my guts out. This is for Mariana. She was a sweet little girl, just minding her own business. Not anymore. Fuck her and fuck you too. Easy Conrad, he's already down. Yeah, he's going to take it, he's going to take it, he's going to take it. I'm going to take it, he's going to take it, he's going to take it. I'm going to take it out, Conrad. What? Ain't got the guts to kill another man. I'm going to take it out, Conrad. No. You're not a man. You're nothing. Mm. You're not a woman. I'm going to take it out. I'm going to take it out. You're not a man. You're not a man. What? I'm sorry. You're not a man. I'm sorry, I'm sorry. Du schraubst in Richmond! Komm schon, David! Das ist Richmond! Was soll das sein? Was soll das sein? Ich habe nichts zu sagen! Es gibt keinen Sinn, Max. Das Beste, was du kannst, ist zu machen. Wir... Wir waren nicht ohne Unterstützung in Richmond. Joan war in es. Wir haben es mit ihrer Ordnung. Sie... Sie sagte, wir brauchen es, um zu überleben. Ich wollte dich in, aber sie sagte mir, dass du es nicht gehen kannst. Ich... Entschuldigung. Es ist zu lange für Entschuldigung, du Backstabbing-Bag. Bitte! Ich werde dir helfen. Ich werde allen in Richmond erzählen. Ich werde dir helfen. Ich werde dir helfen. Wir brauchen nicht deine Hilfe. Ich werde dir... Ich werde dir... Ich habe sicher nicht getan, aber wir müssen uns das... bei ihnen... Wo ist Lonnie? Der hat uns das�ttere Schlitz. Sie haben sie zurück nach Richmond. Ihr Mann, komm?! Wenn er dich beckert, ist die Joan! Und was auch die anderen beiden? Vielen Dank. Vielen Dank. If the mess never washes out, might as well get neck deep. We're gonna need allies in Richmond. Lingard and Clint, they're our best bet. If I can get to them before Joan does, maybe we have a chance. I know I was ready to say goodbye before, but I can't do this without you. Can I count on you? I won't be able to pull this off myself. I'll back you up, but I'm doing this for Kate, not you. Fine. As long as we get it done. If Lonnie raises the alarm, they'll be waiting for us at the gates. There's a way in round back that'll get us around any sentries. We can take Badger's truck. I doubt he'll mind. Come on, we've got to get on the move. Heard's closing in. Alla prata om din lilla blåsa. I'm thinking this will go a lot better if we split up. A group this big can't exactly sneak around, particularly if they're expecting us. Eleanor's in there somewhere. I'm going after her. Then I'm coming with you. Lingard brought her to the clinic. That's your best bet. Javi, that's where you'll go to get Kate and Gabe. Then bring them to my house. It's the one with the raven on the hitching post. We'll all meet up there. After I pay a little visit to Joan. Stay out of sight. They'll be keeping an eye out for us. It's safer if we stick together. Negative. It's too risky. At least this way. If one of us gets caught, the other can still achieve their mission. Okay. I'll go ahead. I'll scout ahead. Yeah, it's the other one. I'll scout ahead. What about you, Clint? I'm pretty sure I've still got some friends in the new frontier. If they know where AJ's being held. Tell me. I'll go up to 4.00. I'll go up to 4.00. I'll go up to 4.00. I'll go out of here. Well. I'll go out of the vehicle. One day. I'll go up to 10.00. Er schützt mich den falschen Weg. Als ich Kate und Gabe bekomme, werde ich herausfinden was besser ist für uns. Ich hoffe, dass es zu weit entfernt werden. Aber du ist kein dumm. Deine Instinkten sind recht oft. Ich weiß, dass du den richtigen Telefon. Ich sehe dich, wenn ich dich sehe. Ich liebe ihn. Sie haben alle Episoden gehört. David sagte, dass du einen Räder auf dem Räder. Das ist klar. Los geht's. Ich gehe fort. Das ist ein Schiff, das stimmt nicht. Wir gehen in, wir kommen zu El, wir kommen zu Kate und Gabe, wir kommen. Das ist gut. Nicht so einfach, Mann. Wir haben ihn schon gesehen, und sie sind nicht gefährlich, um ihn zu nutzen. Gut, wir bleiben hier noch ein bisschen. Schrauben wir. Verdammt. Wir brauchen eine Verstärkung. Wie ist dein Schrauben? Wie ist dein Schrauben? Was ist dein Schrauben? Schrauben, wir brauchen eine Verstärkung. Die Schrauben können die Schrauben unterbrechen. Du könntest nicht einfach aus dem Schrauben. Du hast den Schrauben, nicht wahr? Haha, wir sind da, wir können das. Du dricker inte massor. Du dricker inte vatten, råddeå. Red Bull. Ist das. Ich sage Ypperware, eine Art Fung, du ist so jävla schnälder. Ingen kvar her. Pavi! We thought you were... I was super worried. Hey, buddy. I'm fine. I'm just fine. They said you guys were denied entry. It's true. We're on borrowed time. The people who run this place, they're ruthless. We have to move. Where's my dad? Is he coming? Don't worry, buddy. We're gonna go meet up with him. Excuse me? David has a house in town. He thinks we'll be okay there. Then let's go. Wait, Javi. While you were gone, this woman, Joan, came by. I felt like she was sizing me up. It was creepy. She implied David was in trouble. Like he was no longer in charge. She kept saying Gabe and I didn't need to worry, but it only made me worry more. Joan's been running this place behind David's back. She's pulling the strings. What do you mean? The people who shot you? Både det ena och det andra. Ja, det ligger ju bara vatten. She ordered raids on other settlements. En eller två. We found all this stuff from Prescott. She was behind Prescott? David's rounding up allies to confront her right now. Javi, I know you know this already. This is not our fight. We already lost Mari because of these people. Now, the whole place is about to become a war zone. The only thing I care about is keeping you safe. Then you know, we can't get involved. What's going on? Tripp said we had no to go to Davids house. We're not doing that. We're getting the fuck out of Richmond before it's too late. Getting out? You shouldn't even be sitting up. What? What about my dad? We can't just leave. The little alcohol. Gabe, we don't even know who he is anymore. We have to get away before he gets us all killed. But he won't know where we are. Again. We're going to go to Davids house. Javi. It's the best bet we got. It's all we got. But she didn't understand. She must be with. I got a gun in the room they gave me. Sounds like we might need it. I'll come with you. We'll catch up with you guys. Sounds good. Don't. I didn't see Clem with you guys. Is she okay? I know, I know, she's tough, but I don't know. Be nice to hear she's alright. If we run into her, she could really use a friend right now. Yeah. Me too. We need to go. Okay? Okay. You know, this is what David lives for, right? What? What? A brawl. I only ever saw him truly happy when he was talking about being at war. The world gone to shit? I guarantee. That was the best day of his life. We were in the thick of it, Kate. If he thrives in this shit, that only improves our chances. Just because he likes it, he doesn't think we're in the way. Oh, that's happening. Aber Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry. Don't worry, David. If this is about your brother... Don't pretend like you don't know what this is about. You've got a lot to answer for. Me? You must be joking. Hobby! Kate and Gabe? Safe. I knew I could count on you, brother. We're gonna fix this. Together. Of course. Kate and Gabe are safe. I got your back. Thank you. It means a lot that you do. What's going on here? We're just getting started. And despite what we all agreed, you smuggled your brother back into Richmond. What happened to you, David? It hurts me to see you betray your own people. You've got some damn nerve. We used to be so close. Now I hardly know who you are. Oh, you're one to talk. If anyone betrayed Richmond, it's you, Joan. What are you people talking about? So, this is your play? You think you can pin this mess on me? What mess? Would someone please explain what's going on? I can. Lonnie? Go ahead, Lonnie. Tell us. They attacked us. Murdered Max and Badger. You son of a bitch. Are you kidding me? You have the nerve to accuse us? Their bodies are in the factory. See for yourself. Why don't you tell them what you were doing up there, Lonnie? Tell them how Joan ordered you to kill and loot. Is that true, Joan? It's nothing but a smoke screen. A pretty damn transparent one, if you ask me. Lonnie, please tell me this isn't true. We did that. Raided those communities. Hurt those people. Because David told us to. Not Joan. I'm sorry, David. I can't do this anymore. This is wrong. I am asking you, please, tell them the truth. This is bullshit, he's covering for Joan. David, just stop. We knew this couldn't last forever. We confronted him. Me, Badger, and Max. He said he didn't need us anymore anymore. He said he didn't need us anymore anymore. He said he didn't need us anymore anymore. That's when he, that's when Badger and Max. That's enough. David, stop. Paul, you have to stop her. Or the blood from those raids, it's on your hands. Don't let Joan get away with this. Paul! Grow a fucking backbone, please. Stand up for what's right. I think you've caused enough trouble. Don't try and drag him into your mess. The things you've done, they're an assault on what we built here. You and your brother, you're going to have to answer for them. I still have friends here. Allies. This won't stand. You brought this on yourself, David. I'm sorry to say it, but you're done here. They were our family, David. How could you? I'll give you family. I'll give you family. I'll give you family. I'll give you family. Ich habe mich nicht beholt, dass ich das Leben in der Welt verletzt habe. Ja, das ist so dumt. Ja, das ist so jätteswårt, das. Aber das danke ich für mich, heute. Wir werden nicht weiter mehr, denn jetzt... Ja, ich konnte es nicht weiter. Wie soll ich das? Ja, danke. Danke, Leute. So, Tabe, so hörs vi imorgon. Ajo.